was geht leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute gibt es zu euch die feuerwerks einkaufstour für silvester 2017 2018 wir haben es mal wieder geschafft dieses jahr ja am 28 dezember wir haben 5.39 so gegen 6 uhr geht es bei mir los wie jedes jahr natürlich der manager stream hier am laufen und mit auf die tour kommt natürlich wieder eine menge geld das portemonnaie aber bevor die tour startet gibt es natürlich wieder traditionell ein klasse 1 effekt ich würde sagen den zünden wir gleich und danach gehen wir richtig geil voll weg shoppen dabei wünsche ich euch jetzt viel spaß so und wie jedes jahr traditionell der klasse 1 effekt dieses jahr von mir der small pagoda von komet und der flitze feuerstein von beko so 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 Leute, erster Halt, Krümet, schon eine mega lange Schlange eigentlich, dafür dass der Laden erst in einer halben Stunde aufmacht, naja egal, richtig geile Ware abstauben. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, erster Einkauf ist getätigt. Krümet war ganz erfolgreich hier, roter Karsar, viel Kleinkram, Mini-Raketen, kleine Batterien, dann relativ große Batterien von Explode, einmal die ganze Serie von Explode, mit 2,50 eine Batze, paar Diamond Batterien, Debala und eine richtig schöne Pfeiffer Batze, also eigentlich ganz geile Sachen und jetzt geht es auf jeden Fall weiter zu Jawohl. So Leute, eigentlich schon da, bevor Jawohl aufmacht, haben aber anscheinend früher aufgemacht. Mal gucken, was wir jetzt bekommen können, hoffentlich geile Sachen, die ganzen Nestle-Sachen und so und dann schauen wir mal, was wir noch bekommen. Mal gucken, was wir jetzt kennen? So, jawoll, wieder erfolgreich. Hier mit dabei eine richtig fette Batterie, die Titty Twister, dann natürlich wieder das Super Skyhawk von Leslie, Sundercom Powerpacks, Sundercom Goldpack, paar römische Lichter und neue Vekobombenrohre. Ganz geil geworden eigentlich, war jetzt ja aber erst der zweite Laden, gleich dann noch zu Aldi, Dietl, Norma und so, geht auf jeden Fall weiter. So, nächster Laden, Aldi. So, bei Aldi natürlich wieder poison, eine ganze VW und nochmal sieben Stöckungen drauf. Also, geht auf jeden Fall ab. So, Aldi war erfolgreich. Wir haben hier einmal das Golliard Premium Familiensortiment. Ist zwar ein bisschen teuer, sind aber geile Sachen in der Reihe. Ja, geil, jetzt ein Auto vorbeigefahren. Auf jeden Fall haben wir hier dann sieben, nee, sechs Poison, so einzeln und dann nochmal eine ganze VW Poison. Und, was natürlich nicht fehlen darf, die Pegasus, richtig geile Cracking-Fontänen-Batterie. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter zu Lidl. So, Lidl, nächster Discounter. Die schönen fetten Batzen abstauben. Mal gucken, was Lidl so bringt. So, Lidl, nächster Discounter. So, bei Lidl jetzt hier natürlich die Beastmaster mit dabei. Darunter die Shock Attack. Dann hier die Neuheit. Galaxis 30mm. Elysium Laser. Bisschen Leuchtverwerk. Das Leuchtspektakel. Dann die Kubis einmal zum Testen. Kofferraum füllt sich auf jeden Fall schon ganz gut. Nachher kommen ja auch noch die ganzen fetten Online-Bestellungen. Jetzt geht es auf jeden Fall, denke ich mal, weiter zu Norma. Kofferraum füllt sich auf jeden Fall. Kofferraum füllt sich auf jeden Fall. Kofferraum füllt sich auf jeden Fall. So, bei Norma gab es natürlich Rocket Rallye, habe ich gleich zweimal geholt, die anderen Raketensets habe ich diesmal liegen lassen, auch die neuen Goldraketen bin ich nicht so überzeugt von, aber für das Rocket Rallye lohnt sich Norma immer wieder die geilen Ringraketen. Und jetzt schauen wir nochmal bei Lidl, Famila und so vorbei, mal gucken ob wir da noch was geiles finden. So, jetzt nochmal beim anderen Lidl und dann schauen wir mal ob es da noch die Flashbanks gibt. So, beim anderen Lidl jetzt nochmal Goldrauschraketen geholt bzw. Goldraketen und zweimal die Flashbanks, Kofferraum extrem gefüllt, viele fette Batzen mit dabei, richtig geil. Aber wir schauen jetzt nochmal bei Famila vorbei. і Prof. So, der letzte Einkauf von der Einkaufstour für Silvester 2017-2018 ist getätigt. Es gab jetzt bei Famila einfach nochmal die Neuheit Double Thunder von Veko. Ziemlich geile, fette Bombenrohre von Veko Doppelschlag. Und dann hoffe ich, die Einkaufstour hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei einer Gesamtübersicht. So, das ist es dieses Jahr geworden. Ich würde sagen, schönes, geiles, gemischtes Sortiment. Wir haben hier viele fette Batterien mit dabei, 30mm Batzen. Wir haben viel Kleinkram mit dabei, Bombenrohre, Thunder Kongs natürlich von Jawohl. Wir haben hier oben einen roten Corsair, 300 Schuss Pfeiffer Batterie, Double Thunder, Neuheit, gab es bei Famila. Wir haben fette Raketensortimente mit dabei, Rocket Rallye 2, wir haben hier Goldrauschraketen, wir haben hier Goliath. Wir haben eine ganze VE Poison, dann nochmal sechs einzelne, also ein ganz fettes, geiles Sortiment würde ich sagen. Die Online-Bestellungen kommen natürlich noch alle. Und dann hoffe ich, die diesjährige Einkaufstour für Silvester 2017-2018 hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Explosive Fireworks. Bis zum nächsten Mal.